Herzlich Willkommen, mein Name ist Pat Hock und der Patient des heutigen Tages ist der Velvet Fick vom unabhängigen Abfüller Weems Malts. Zuletzt dürftet ihr entscheiden, welchen Whisky ich hier im Video verkosten soll und eure Wahl fiel auf diesen Whisky mit etwas speziellerem Namen, der sogenannte Velvet Fick. Kommt vom unabhängigen Abfüller Weems und dieser unabhängige Abfüller aus Schottland hat verschiedene Whiskys im Sortiment. Einzelfassabfüllung in Trink- und in Fassstärke, aber auch sogenannte Blended Malt Whiskys, bei denen nicht ein einziger Single Malt, eine einzige Brennerei abgefüllt wird. Nein, vielmehr macht man Verheiratungen vieler Single Malts aus mehreren Brennereien und hat somit einen Blended Malt Whisky. Es gibt beispielsweise einen mit einem gelben Etikett, der nennt sich The Hive, ist sehr honigsüß. Dann gibt es einen mit einem roten Etikett, der sogenannte Spice King, wie der Name schon sagt, ein bisschen würziger. Und dann gibt es mit einem grauen Etikett den Peat Chimney, auch da kann man sich denken, der ist rauchig. Die drei Kollegen habe ich tatsächlich auch schon in einem Video probiert, könnt ihr euch gerne mal im Nachgang anschauen. Und wenn ihr das getan habt, werdet ihr feststellen, dass ich damals im Video noch die alte Flaschenoptik da hatte. Jetzt vor einem halben Jahr, würde ich sagen, hat Weems das Design umgestellt. Diese Flasche hier, und ich muss ganz ehrlich sagen, optisch für mich eine der schönsten Whiskyflaschen Schottlands. Also, das hat sich echt gemausert, das Design, die Ausstattung hier jetzt in lila bei diesem Velvet Fick. Macht definitiv was her. Ja, den gab es vor ein paar Jahren schon mal, dann war er wieder vom Markt verschwunden. Jetzt ist er wieder offiziell mit dabei, neben den drei, die ich schon erwähnt habe. Die Besonderheit bei dem Kollegen ist, dass es eine Verheiratung von Single Malt Whiskys ist, die ausschließlich in ehemaligen Sherry Fässern gereift wurden. Ungefähr 15 Fässer fanden in diesem Batch Verwendung. Davon waren 9 Fässer Sherry Hawkshats zu 250 Litern und 6 Fässer Sherry Buds zu 500 Litern. Diese wurden miteinander verheiratet und dann mit 46 Volumenprozenten in die Flasche gefüllt. Leider weiß man nicht, wie alt der Kollege ist, denn er trägt keine Altersangabe. Leider weiß man auch nicht, welche Brennereien hier drin vertreten sind. Wird einfach nicht kommuniziert, was ich schade finde. Denn beispielsweise Kompassbox, ein anderer unabhängiger Abfüller, der ebenfalls Blended Malt Whiskys im Sortiment hat, kommuniziert da ganz offen die Brennereien, die drin sind. Sogar prozentual, wie viele da drin sind. Von daher, hier gibt es überhaupt keinen Hinweis. Was man weiß ist, er ist nicht gefärbt, ist nicht kühl gefiltert und kostet 40 Euro. So, jetzt werden wir das Ding mal probieren. Dafür, dass er komplett in Sherry Fässern greift, ist er gar nicht mal so dunkel, was ich schön finde. Weil heutzutage, ja, Farbe geht auf natürliche Art und Weise schon relativ schnell. Deswegen, tolle Sache, dass der mal nicht ganz so duster ist. Ja, ich würde mal sagen, ein heller Bernstein. Eiche auf jeden Fall direkt da. Frische Eiche, ordentlich Würzigkeit. So ein bisschen was Kühlendes, Anis vielleicht. Und eine gewisse Schokonote. Aber die geht jetzt nicht unbedingt ins Zartbittere. Es ist so eine Vollmilchschokolade. Und tatsächlich erinnert er mich von der Schokoladigkeit her an so eine ganz billige Schokolade. Also kennt ihr das, wenn ihr irgendwie zu Weihnachten oder zu Ostern im Supermarkt unterwegs seid? Beispielsweise beim Aldi oder so. Also man will jetzt keine 5 Euro für so einen Lind-Osterhasen ausgeben, sondern kauft dann für 1,99 Euro so eine Plastiktüte, wo Hase und Eier und alles drin ist. Dementsprechend schmeckt auch teilweise die Schokolade. Und an diese Billow-Schokolade erinnert er mich. Also die Eiche ist hier tatsächlich sehr markant. In Form von einer ordentlichen Würzigkeit. Von einer gewissen Anisnote, die da mit dabei ist. Dieses Vollmilchschokoladige. Hat aber auch so einen ausgebrannten Rösttouch. Also der riecht einwandfrei nach sogenannten Season-Casks. Frische Fässer, in denen mal ein paar Jahre Sherry drin lag. Und ansonsten hat er auch nicht viel. Was mir jetzt hier definitiv fehlt, ist die Frucht. Der ist schon sehr penetrant, eichig, würzig. Und gefällt mir nicht. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Den habe ich vor 20 Minuten schon eingeschenkt. Ja, die Frucht, die versteckt sich so ein bisschen hinter der Würzigkeit und der Eiche. Das ist schon so eine Aprikose. Eine reife, saftige, die gefällt mir. Aber alles andere ist mir ein bisschen zu dominant und zu mächtig. Also, ich würde auch sagen, es ist nicht der Älteste. Mal gucken auf der Zunge. So ein Spagat aus Trocken von der Eiche, oben am Zahnfleisch. Aber auch so Traubenzuckrig-Süß auf der Zunge. Boah, und bitter. Viel Eiche, bittere Eiche. Birnschale als Frucht, weniger die Aprikose. Die Süße ist jetzt auch weg. Das holzige nimmt zu. Diese Billow-Schokolade schmeckt man auch. Aber der ist schon verdammt würzig, bitter. Boah. Nee. Aber meiner ist das definitiv nicht. Das Holz ist wirklich sehr, sehr deutlich. Auf der einen Seite frischholzig. Auf der anderen Seite aber auch bitter. Also möglicherweise, ich meine, die Hoxheds sind 250 Liter groß. Die Buds sind doppelt so groß, ja. Weil da doppelt so viel Inhalt drin ist in diesem Fass. Dauert es logischerweise auch länger, bis man den Reifegrad in so einem Bud erreicht hat wie in einem Hawkshet. In einem Hawkshet geht es schon schneller. Deswegen kann es sehr gut sein, dass die Buds vielleicht tendenziell ein bisschen älter waren. Und die Hawksheds ein bisschen jünger waren. Aber ich bilde mir halt auch ein, dass ich hier im Abgang so etwas leicht Jugendliches habe. So etwas, naja, man beschreibt es immer als metallisch. Aber so in die Richtung geht es. Also man schmeckt auf der einen Seite, dass er ein bisschen älter ist, weil die Eiche da ist und auch relativ bitter ist. Auf der anderen Seite merkt man aber auch noch, dass es ein junger Whisky ist. Aber der ist so unausgewogen für mich in der Nase. Also holzig, bitter, würzig und die Aprikose ist auch wieder weg. Ist ja trocken oben, da ist direkt Eiche da. Richtig trocken am Zahnfleisch auf der Zunge, diese traubenzuckrige Süße. Und dann kommt mal kurz diese Birnenschale, bitter, herb. Und dann kommt die Eiche und macht es noch bitterer. Hinten raus ist der richtig bitter. Und halt eben diese Schokolade. Und man merkt so ein jugendliches Bitzeln halt einfach auf der Zunge. Mit viel Fantasie kommt da nochmal kurz die Aprikose. Aber unterm Strich, nee, ist ja nichts. Also 40 Euro kostet die Pulle. Das finde ich an sich dafür, dass er keine Altersangabe trägt, schon viel Geld. Wenn ich das jetzt mal vergleiche, beispielsweise mit dem Old Perth, the Original. Das ist quasi auch ein Blended Malt. Und ausschließlich aus ehemaligen Sherry-Fässern mit 46%. Der kostet 28 Euro. Da finde ich, Preisleistung passt durchaus. Hier passt es für mich meiner Meinung nach nicht. Denn bevor ich 40 Euro für den ausgebe, lege ich lieber 3, 4 Euro drauf. Hol mir beispielsweise einen Tamdu mit 12 Jahren. Der ist auch vollgereift in Sherry-Fässern. Hat die Altersangabe und hat auch eine schicke Flasche. Ja, also von daher sehe ich für den hier im Preisbereich 40 Euro wenig Chancen. Außerdem ist er mir zu, sei er auf dieser eichigen, bitteren Seite, unausgewogen. Dem fehlt dann einfach eine schönere Süße, eine schönere Frucht. Das ist so das Manko, das ich ihm jetzt unterschreiben würde. Aber das ist jetzt mein Eindruck. Ja, unterm Strich würde ich mir die Flasche nicht mehr kaufen, auch wenn sie wunderschön ist. Aber ich will ja den Inhalt trinken und nicht mehr der Pulle schmusen. Ja, schreibt mir doch gerne mal unten rein, was ihr vom unabhängigen Abfüller Wimms haltet. Vielleicht im Speziellen, was ihr von den Blended Maltes des Abfüllers haltet. Und im Detail von diesem, wenn ihr ihn denn schon im Glas hattet. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein!